Ich höre, euer Vater sammelt seine Truppen. Er wird Tandrien nicht kampflos aufgeben. Auch nicht, wenn er gegen seine eigene Tochter ziehen muss. Meint ihr wirklich, ihr habt genug Kraft für all das? Ich weiß, es ist der richtige Weg. Das ist alles, was zählt. Nun gut, dann sagt mir, was wisst ihr über diesen Feldmarschall Ludovic? Er ist äußerst genau und handelt streng nach Vorschrift. Gut, dann wird eben dies sein Untergang sein. Zoe, dieses Mal kämpfe ich an eurer Seite. Wir werden dem Feldmarschall eures Vaters eine Lektion erteilen. Meine Stadt ist nicht weit von euch entfernt. Wir können Ludovic also von zwei Seiten angreifen. Ja, da drüben ist Dracorians Basis. Der Feldmarschall kontrolliert zwei Städte, die er sehr gut verteidigt. Eine der Städte ist der Schlüssel zum Sieg. Sie eröffnet uns den Zugang zu seinem Gebiet. Nehmen wir sie ein, wird er einen Großteil seines Prestiges einbüßen. Ich habe in dieser Gegend einige Kanonengießereien entdeckt, wo wir Kanonen erwerben könnten, um Ludovics Steinwelle niederzureißen. Ja, Kanonengießerei. Und noch eine Kanonengießerei. Das waren die guten Nachrichten. Jetzt verrate ich euch die schlechten. Zunächst einmal hat eure Stadt keine Taverne. Diese befindet sich im Sektor südlich von euch. Zudem ist Eisenerz nur in begrenzter Menge vorhanden. Ihr solltet Außenposten also erst einmal nicht mit militärischer Gewalt einnehmen. Ja, das verlangsamt uns etwas, aber... Auch Steinbrüche und Wälder sind rar. Glücklicherweise habt ihr große Stein- und Holzvorräte in eurem Lager. Mhm. Abgesehen davon habt ihr ausreichend Fischreserven. Nutzt sie klug, um eure Wirtschaft in Schwung zu bringen. Ja, gucken wir erst einmal. Also wir haben nur begrenzt hier. Wir sollten uns also ziemlich stark auf Kirche konzentrieren. Äh, okay, erst einmal freischalten. Na komm, wo ist meine Kanone? Etwas hier ranzoomen. Hallo. Und ja, ich kann mir in der Mission etwas mehr Zeit lassen, weil wir haben nur einen Feind, Ludovic. Na gut, da tut's halt in den Grund. Und dann das Staat, wo ist so... Hauptgebäude freischalten, dass wir jetzt gleich die Kirche errichten können. So. Hier unten gibt's ein paar Bäumchen. Äh. Nicht sonderlich viel, aber es gibt sie. Und auch hier gibt's ein paar Bäumchen. Ja, mit der Fischerei würde ich gerne erst anfangen, wenn wir... ...besser Fuß gefasst haben. So, Ludovic hat einen Außenposten eingenommen. Nicht so schön. Aber jetzt auch nicht wirklich so schlimm. Drakorian hat eben so einen eingenommen. So, Brauereien, haben wir gesagt, brauchen wir erst mal. Dann errichten wir einfach noch zwei Wohnhäuser hier für Bevölkerung. Oh, und Ludovic, äh, beginnt mit... ...Forschungen. Die würde am liebsten noch mal neu starten, weil wir jetzt so hinterher hinken. Bei den Drill möchte ich mir jetzt nicht unbedingt abnehmen lassen von Ludovic. Okay, er forscht gleich was anderes, weil ich seine... ...weil ich ihn überboten habe. Okay. Zurück habe ich mehr als genug Bier. Du wel? Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Das wird er mir wegnehmen, weil ich glaube, ich kriege das Gebäude nicht so schnell Hoch Ja Gut, Sägewerke errichten Dann klauen wir auf jeden Fall die Viehzucken mal Ich war besser noch gleich in die Kirche So, und die Taverne hier einnehmen Brauchen wir noch mehr Gelehrte Das Bier kommt hier rein Exzellent Ihr habt eine neue Technologie erforscht Hervorragend Ihr habt einen Siegpunkt erhoben So, noch eine Technik Also ja, ich muss Ballistik als nächstes erforschen Ein Gänzt So So So, jetzt ist die Frage wohin mit den mühlen ich diene dem könig das solltet ihr auch damit haben wir genug die forschung ihr wart erfolgreich in der erforschung also hier habe ich ein gebäude ausgebaut hiervon dafür brauchen wir wir beide mal untätig wir haben nämlich noch das holz hier eine papiermühle und hier einen buchmacher zu bauen weil da muss ich ludovic abschneiden ganz dringend ballistik darf er nämlich nicht kriegen und da gucken wir mal drachorian und ludovic stehen sich schon mal kopf an kopf hier dachorian versucht sogar schon der kanonengießerei kanon zu herzustellen das problem ist ludovic hat den punkt hier die wegnehmen müssen sollten gucken wir mal wunderkind handels außenposten ist jetzt zwei stück im spezieller sektor weiße schnoss sendet ein paar prächtige juwelen so gehen wir mal wieder zur gesamte übersicht hier unten sind wir also ja erst den tavernen sektor einnehmen würde ich sagen und drachorian beginnt mit handels posten sehr schön dann sorgen wir mal für noch mehr novizen ich brauche noch sechs stück dass ich den tavernen sektor einnehmen kann wesen scheint rachorian nicht von ludovic gerade abzuschirmen was natürlich erholt hier im weißen schloss die weg erlaubnis die weg Und ja, ich werde hier folgendes machen. Ich werde zwei von den Weizenfarmen einreißen und zwei Mühlen errichten. Und jetzt schon mal zwei Bäckereien errichten. So, dann senden wir die mal los. Den Posten zu bekehren, während ich darauf warte, dass ich mein erstes Buch endlich kriege.